Ähm, die Truhen wollen wir nur wegpacken. Also, genug Truhen haben wir ja schon mal, ne? Wir haben immer noch acht verschlossene Kupfer. Ja, aber das sind die kleinen. Ja, die kleinen brauchst du immer nicht. Ja, aber ich meine ja nur, wir haben immer noch acht verschlossene. Ja, aber da ist halt nur Bellou drin, ne? Na gut, bei den einen war ja jetzt ein Sonderbombung drin, ne? Kann man jemanden von einem ganz entspannt. Ja, ich sag ja nur. Ach stimmt, ich krieg ja wohl einen Nerd schon. Ich wollte sie nur erwähnen. Ah, der Futterbuch. Ah, das geht hier gerade wieder richtig ab. Jetzt hab ich einfach Fernkampf gelevelt, klar. So, was fehlt denn noch? So. Das ist echt Grün im Zeug jetzt drin, ne? Ja, Sigi. Also, die sind jetzt für uns die Sachen. Ja, klar. Einfach futtern, das Zeug. Futter, was das Zweig hält. Das ist sehr nett von dir. Ich lass aber... Ich mach jetzt mal so, dass ich von einem Item eins drin lass, weil... ...dann kannst du es besser stacken wieder gleich. Ne, da kommt noch mehr zu, da kommt noch mehr. Nimm raus, was du willst. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Aber nimm die Dinger, wo du sagst, okay, Rüstung oder so. Keine Ahnung. Nein, ich meinte, dass ein Item drin bleibt, das steckt. Nein! Da! Ich schmeiß das denn noch ein. Das ist Quatsch. Nee! Dann mach ich die gleich leer, danke. Das ist nur Quatsch. So, ich hab bei jedem jetzt sechs Rezepte. Dann mach ich die leer und stapel das bei mir rein. Ja. Mach das mal. Ups. Großer Builds. Das kommt da hin, das kommt da hin. Mal schauen, was wir so haben. Okay. Hat genau gepasst alles. Kann ich da reinpacken. Was macht das? Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit und Rüstung. Zehn Minuten. Mütische Trefferchance. Geil. Es gibt auch nochmal Rüstung. Bewegungsgeschwindigkeit. Warum bist du eigentlich leider nicht mehr gestorben? Sind doch nur elfmal. Hab dich auch, lieb. Hab dich auch, lieb Flash. Ja, ja. Warum? Oder wirklich nicht? Ich sag doch, hab dich auch lieb. Warum ist denn mein Inventar schon voll? War so nicht? Vielleicht weil du zu viel wieder gefarmt hast oder so? Ein bisschen. Kuck mal. O Societal. Das ist pipier sein im assume. Kü Mir gab orada, der von wants to know. Mit der hat irgendwie ihn Klar ist. Wenn POL LeGunöse. Start wenn hab ich ja klar drauf. sich einfach zu den gutständen nur zuvor ist da richtig hinzulaufen klar aber gut wenn man schon kann warum halt auch nicht so dann machen wir mal gucken was das schleifte sagt alles klar meiner schechte skills egal schlechtes geht es haben wir können unterschiedlich auch kriegen meine leben reißen will es auch immer gerne jetzt auch gerne natürlich so in der farb ich den vielleicht ist das ding doch noch mal gucken oder ratet mal was ich gerade schon wieder willkommen habe schon wieder die gleiche ich habe gerade nur ein paar schleime gekillt das ding was man beim opa reingestellt war das der thron das klo ja na ja du brauchst wirklich dass das plump klug und klug danach muss nämlich einmal die krone am dürgen 100 prozent machen ja klar erfolge sind immer schön ach komm vorbei hast du gerade nice gesagt tut schön weh habe ich gesagt ich habe überhaupt schon statt nice aber im planet craft habe ich das ja auch gemacht ich habe alle erfolge geholt ja sieht halt geil aus bei steam perfekte spiele volle mit alle enden dazu ne das ding hat ja drei enden das dritte muss drei enden quaken die auch immer so viel oder 250.000 credits brauchte ich dafür und das zusammen zu kriegen das dauert halt seine zeit ne das hat schon ein bisschen gedauert der ist frisch tötet ihn ok mit der axt mache ich diese fröschwächer echt mit einem schlagtor diesmal er ist von enden mit quaken jetzt mit fröschern mit quaken ich weiß halt nicht mehr was das überhaupt sind quarki bist du und du bist koti das macht nix ich kenne ja nicht mal fröscher in diesem gebiet ich weiß gar nicht was das sein soll schon diese larven gesichter die mit den spären rechts ist azeos gebiet ganz rechts sorry links ok der damen wende und wenn dann nur ganz ganz selten ja der damen wende ah ich bring mal wieder ein paar leise mit oh das ist jetzt unfair der boss also mein schleimboss und vier unterlinge das ist so nett warum halt auch nicht ne tschüss Oga kann man ja machen oder vielleicht auch lassen ne ne warum nicht die sollen verhaut werden achso tut 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 du sagst du bis zu 30% mehr Scham basiert auf der verbleibenden des Ziers mhm mhm aus dem Schaden den du hast also wirklich jetzt werd ich grad gehatet was los Die folgen mir gerade durch alle Tunnel, die ich grabe. Ach, die Grottlinge? Naja. Oh, schnell ins Bett legen und live aufpumpen. Diese Viecher manchmal die einen immer die ganze Zeit erst mal folgen. Denken sie auch Hauptsache hinterher. Wenn da so viele Augenbaare einfach aus dem Nichts kommen. Okay, die blauen Schleimer haben wirklich eine Menge an IP, ne? Oh, machst du gar nicht den Boss aus? Nein, hier ist einer aufgetaucht. So. Die war einfach einer. Oh, Natur. Und Schaden hauen die auch echt rein, ey. Ja, hier sind es ein Paar. Und dann verlangen sie dich auch noch. Ja, das ist noch harmlos. Du rutschst durch die Gegend, alles klar. Hm, Slip-Away-Fact. Was zur Hölle? Ähm. Oh, ich sind... Nee, rote Augen. Ich glaube, bei denen sollte jemand das lieber nutzen. Nee. Ich habe schon wieder den blauen Boss-Born gefunden. Alter, aber... Du auch? Wie kommt das denn jetzt so oft? Naja, ich bin hier gerade über eine Strecke von Gorm gerannt. Wie gesagt, ich habe halt auch gefunden. Das ist einfach nur, weil ich viel Schleim hier gekämpft habe. Oh, das ist ja schon ein Schleimdorf mittlerweile geworden. Das kann sein, ja. Das ist ja voll schlecht. Das ist ja voll schlecht. Das ist ja voll schlecht. Das ist einfach nur, weil ich viel Schleim hier gekämpft habe. Was denn? Was denn? Weiß ich nicht. Das ist ja vielleicht ein Beklage wie ein Minispiel beim Fischen. Äh, das ist zu schwer. Nö. Es dauert zu lange. Der Boss, der kommt so selten. Oder so. Okay. Okay. Let's go. Mein Nachbar oben oder meine Nachbarin, die rauchen gerade schon wieder. Richtig, Mann. Warum will man das wissen, ob die rauchen? Und woher weißt du das? Das ist Gras, was die rauchen, aber gut. Ach so. Das riecht nochmal nicht richtig. Weil ich hatte doch mein Wohnzimmer umgestellt und ich habe jetzt das kleine Fenster direkt rechts neben mir. Nö. Nö. Ich habe ja keine Probleme damit mehr, aber man riecht es halt nur richtig. Ich dachte, das stört. Ich so, nö. Mach doch ruhig. Ist mir doch egal. Ist doch egal. Ist doch ja lau. Ich mache es ja auch, wenn Benni da ist. Und dann stehen wir auf dem Balkon. Ich muss einfach ganz schluck so eine Holzkohle-Grille anmachen und dann Wasser drüber kippen. Weil das von der Fortäne hochkommt. Ja, nee. Mache ich nicht. Mit dem komme ich ja echt gut klar. Das ist so. Mit dir kommt jemand klar? Ja. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Das geht. Ah, ich habe wieder sweaty Hände. Vor allem kommt von dem, der auch mit mir was macht. Klar. Klar, klar, klar. Mh. Ich bin schon wieder zurück, muss man mal ein Inventar voll hat, ey. So nachteil. Reift ihn an. Wie bitte? So nachteil an so ein Inventar Games. Mh. Stimmt, ganz rechts ist der Strand, das sehe ich jetzt. Das stimmt. Ganz rechts ist der Strand. Ah, ja, das ist der Strand. Das ist dann gebildet. Und der Schott. Nein, ich will nicht sterben. Achso, da wo ich in der Nähe war, ne? Na ja. Achso, ja. Oh, ich bin fast gestorben. Hi. Ungefasst. Warum nicht? Unzack. Oh, nach vorne. Wie ist das? Ja, ja, ja. Kannst du nicht schlafen, wenn du den Gegner in der Nähe? Mi, 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 mi. Das ist genauso wie mein Kopf, wenn du einen Zombie so gesehen hast. aber ihr reicht sind das noch fünf kilometer weiter weg ist mein kopf doch auch wenn du weiter weg gerannt bist du auch trotzdem dabei ich habe euch schon gesehen hallo wurde es mich gerade abwerfen geschenke geschenke weil ich ja nicht denke kein mal mehr so gestorben ja du wärst gestorben in kärten eingelebt beim ernten klar nein nicht in der base von hier unterwegs was denn lieb wie eh und je ich so wie er auch ich bin super lieb ich weiß und das kriegst du ja auch nur zurück weißt du noch ich spiel aber schon wieder über vier stunden ich habe keinen schon mal gut ne schimmer inseln komm ich später über vier stunden ja sicher du meinst fünfeinhalb stunden sind das ich vergess die zeit doch schon ja wir haben es ja gleich halb zwölf auch ich wollte auch nur ungefähr bis zwölf machen dann ist gut dann mache ich gleich auch im zwölf schluss das ist 14 stunden gesessen holy shit wie viele gegner sind hier die team brustplatte hier bin ich leute hier bin ich wie hat sie gekriegt das sind kaputt gemacht oder was hatte ja ich habe mich gerade durch seine wohnwand gekommen sein da war diese aber kiste ich muss jetzt mal hin und wirklich tut wobei die team brustplatte hat jetzt plus neun prozent sprengstoff schaden und der set von dem ding ist halt einfach zweiteilig set plus 23,8 prozent schaden für kurze zeit nach dem abbau einer wand apropos ja so so ist das ne freunde der nacht ich habe einfach ein lager von den fischern gefunden deswegen sind hier so viele aber durch die axt mache sie mit mache ich aber one hit so hier ist gold auf der karte leben bewegung machen wir schatten schritt rein unika das bei planen glänzendes laufer fleisch was soll das nicht sparen können wir keine marke mehr setzen aber schon so viel geplaced haben oder was ich weiß nicht das nicht kann ich auch kein marke mehr bei mir kann man nur eine bestimmte anzeigen ich kann nicht auf einer karte deswegen so ein bisschen daneben klicken einmal mit profis hier ich brenne ich brenne jetzt auch sterben flash nein warum nicht plus drei leben bei nahkampf treffer ich sterben möchte ich frage aber trotzdem warum nicht weil ich keine elf tode haben möchte schade ich habe mal eine schädel muss es in zwei jahren das verbrennungseffekt das ziel aufzubrauchen und sofort den gesamten schaden zu kassieren was ist das denn kopf das können wirk zinn axt habe ich gefunden was gilt das sofort mit das ist mir lohnt sich die zern axt eigentlich nein zu eisen machen schon ich frage doch nur wo ich die gefunden habe ich habe die gefunden war nur wegen des zerlegen eben deswegen was geht an meine base war mir irgendwas gesagt mit moskete war doch der granatwerfer oder nicht ich werde sterben die geräusche noch mal eine dumme tasche die kann ja noch mal vernichten brauchen wir nicht mehr es hat nur noch müll ach doch meine kühlschsuppe weg damit haben wir noch irgendwas das geht wahrscheinlich nicht nur das teko warte mal kriegst du einen zerstörungsstand von mir ne du schrieb es vorher ich muss halt echt zurück man nimmt mir das wieder so zugeflogen ach schick falsches Set an öf falsches Set an passiert ne brenn mein freund brennen machen wir das so die td td die das machst du eigentlich schon wieder für blöd zu verschenken ich brenn ich wollte er brennen ach so ich hab ne bessere laterne gefunden hat die mal ein sternen evernt ne gott brauchst mich nicht nennen was wer die gott brenner ihr seht das wollte mich nennen aber das sprüge ich kann nicht auch bestehen wollte ich nicht das würde ich bin dann den länden schützt und wie sich bewegt das ist auch mit einer leidenschaft ich muss noch ein paar sachen hier gelassen hat es dann auch da liegen oder wie ist das das nicht so zwei prozent chance dass stadt zu sterben etwas gesundheit reger wird hallo das war auch für mich anzunehmen den 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 ich bin ein blumen mädchen wieso ich würde das machen brauchst du noch blumentöpfe fabian ja auch ich noch mit kann man immer noch gebrauchen ach also als deko mäßig ich weiß ich weiß ich weiß deswegen nehme ich die auch mit weil ich die zufällig gefunden habe oh wir haben hier noch eine ader eine ader zack markiert wie markiert den kopf markiert kann man nichts mehr kapieren das ist alles kaputt markiert alles kaputt markiert 1 2 schläge mit axt ich gehe mal darüber weiter und können nach vorn oben ist wir rechts wüste links ganz strand da kam doch der boden her rechts habe ich komplett strand gesehen also ich weiß nicht auf welcher höhe du den wurm gesehen hast genau den karten kann geradeaus ist weiter unten habe ich stark sehen kann natürlich auch sein dass ich schon auf der höhe bin dass es sich teilt ja das könnte auch sein kannst du haben das war drüben habe ich schon mal rüber ouch so wir mal gucken was wir oben haben leck mich gestorben ein dutzend ding 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 ich weiß auch was ich finde oder ja hab die brutmutter alles deine schönflash wo meine einfach so ich muss doch schuld haben weißt du noch ich muss doch immer schuld haben wusste das ist eigentlich so da marka marka so brutmutter ist markiert dann gehe ich da runter und dann da lang toll nur weil ich unbedingt gegen den kämpfen musste hat er verwollt mich von den punkten schaden grenzling plus magie bei ihr plus zwanzig abfahrt 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 brütet ihn meine freunde lasst euer meister nicht verbrennen dann war das noch nicht mal so weit weg von zuhause und ich sterbe ja einfach die trollen und so machen sind auch schon wieder näher dran ist die tür einfach aufgewiesen ey obwohl ich die eben zugemacht hab so rein damit rein damit rein deinen rein zack ach ach hier bin ich Äh, das da rein. Mal mal zum Schmelz gehabt. Die Aura-Card, oder? Kopfbar. Sinn. Tötet ihn! Tue ich das da rein? Ich hab schon wieder vier Eier, ey. Ihr habt gehatet. Das eine ist auch schon wieder fertig. Na, was kriegen wir da raus? Für eine Farbe. Und Goldner. Was? Sollte mal langsam zurückgehen, meine Mutter. Was hat der für Sachen? Boom, boom, Dynamite. Okay, die haben wir nur gewechselt. Was ist denn das da? Leidenlos. Chanks bei einem Treffer, die dreifache Menge an Schaden zu verursachen. Okay, das ist cool. Pew, pew. Pew, pew. Pew, pew. Schleim ist schon, ne, kein Brot. Schade. Okay, ängstigende Präsenz. 100% länger Dauer der Betäubung. Was zur Hölle. Ja gut, dass man auch irgendwann umskillen kann. Ja, das ist halt der Goldene, ne? Der das drin hat. Aber der hat halt nix mit Boss. Ja, warum aber manchmal nicht. Wenn du zum Beispiel ein Fernkörper bist, dann auch Fernkampfschaden. Ja, aber ich bin ja in Nahkampf, ne? Und der hat halt plus 15% Schaden gegen Bosse. So, das lasse ich jetzt erstmal so wie es ist, ne? Machen wir jetzt mal da. Okay. So, den packe ich da rein. Den packe ich bei mir in die Kiste, den Goldenen. Tötet ihn. Schamanenfigur, let's go. Pew, pew. Das Ding einmal rein. Hier noch einmal rein. Wird halt auch so lange, weil wir die Bossen gefahren haben, dann wegen den Trophäen. Ja, ja, weil wir alle Figuren haben wollten. So, ist das die Goldene Mitte hier? Kann man halt mal machen, ne? Aber es wird dann irgendwann zu viel. Auch besonderer Items haben wir aufgestellt. Ich tue die Krone, brauche ich mir denn die Kiste, ne? Ja, das ist auch immer das andere Ding dafür. Ich muss dann, glaube ich, beides anhaben. Aber ich habe keinen Thron gefunden. Nein, ich meinte die Krone zur Beschwörung. Ach so. Die Krone behalte ich noch an, um zu kämpfen. Ich werde was essen. Ja, aber Kloß werden wir noch finden. Vor allem in der Azur-Gegend. In der Azur-Wild. Kein Space. Wir haben ja noch Zeit, ne? Ja, klar. Deswegen, ja. Ja, wir wissen jetzt auch die Aufenthaltsorte von vier Bossen. Also das Wichtigste ist ja, dass... Wenn es weiter... Ah, Fabi weiß ja mehr. Wenn ihr mitspielt, das ist immer einfacher. Komm mal schon durchsuchten. Fabi kriegt eine volle, knöppte Kiste. Hier, Fabi schenke ich dir. Ja, ja. Ne. What's up. 160 Schienen haben wir jetzt. Nice. Wir können eigentlich schon eine Strecke hochziehen, links, ne? Was er nicht. Eigentlich schon machen. Bauen wir wieder die Wege aus. Was können wir eigentlich mit dem blauen Schleim machen, überhaupt? Was können wir denn eigentlich mit dem blauen Schleim machen, überhaupt? Was können wir denn? 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 Ah, okay. Okay, also ein besserer Trankstand. Genau, es gibt noch einen stärkeren Modus. Ich sehe eigentlich auch immer die ganzen Schleim wegkillen. Dann kannst du die kleinen Tränke machen, damit du hochskillst schneller. Ich aktualisieren wir mal die Karte. Ah, wir behalten immer, wenn wir ausgelockt werden gemacht, kurz vorher noch. Ja, ich mache meine Ahnung. Jetzt habe ich in der blauen Kiste den Schamankopf hingetan, ne? Oh ja, wunderbar. Hm. Ja, aber gut, Verbrennungsschein ist halt geil, ne? Wenn Nahkampf ein bisschen besser hat, halt 10 Prozent Rüstung plus 25. Dann machen wir das mal ganz anders hier. Äh, was bräuchte ich dafür? Das weg. Man hat, man hat pro Sekunden bei euch gar nicht. Eine Barrier, Barrier und Me. Hm, Lehrling, Lehrling, Lehrling. Achso, wenn du eine doppelte Brustplatte auskommst, können wir wegmachen. Da war ja gerade eine doppelte Steinbrustplatte drinnen. Ja, das war ich dann aber nicht. Das war ich. Oder ich war es doch. Ne, ne, das war ich, Fabi. Okay. Ne, weil alles, was wir doppelt haben, das war ich schon kaputt. Ich sammle die Sets auch hauptsächlich nur, bis wir die Mannequins haben. Mhm. Was wir dann ausstellen können. Ja, sonst die weiteren Doppelten, die fahrhau ich auch schon. Wie die Folianten hier, die Doppelten. Braucht man ja nicht. Die Folianten hatten wir schon ein paar mehr drin. Da hab ich auch schon einige kaputt gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Zack. Die man noch in die Kiste, das kann ich bei noch gebrauchen. Mhm. Wird dir denn ein Grill reingepackt? Grill? Den Händler. Ja, da fehlt auch Bedürfnisse, die er in die Kiste wollen. Ich frag doch nur, wer das war. Der soll es ja schön haben. Ich hab nicht gesagt, warum der das drin hat. Na, das hilft. So, haben wir noch eine Eisenkiste. Wenn er schon bei uns wohnt. Limpfertigkeit. Das ist doch schon besser. Das ist schon besser, was ich hab. Der aufgeladene Schlag ist so geil nach. Wir haben ein weiteres Musikschloss gefunden. Ja, ich komme. Da, wo VW sonst irgendwo rumwuselt. Da bist du. Los, meine kleinen Freunde. Fliegt und siegt. Oder nicht? Boah, egal. Ich reparier jetzt hier nix. Mist. Wieviel Schrottteile ich einfach hab, ey. Das kenn ich, brauchst du mal nachher für irgendwas noch, ne? Schrottteile? Hab ich schon wieder einen Riesenpilz gefunden. Nice. Bringt die denn überhaupt noch was, wenn die nur einmalig extra Leben geben? Ja, deswegen, das hoffe ich ja noch. Hm. Weil die Rezepte ja geändert worden sind, deswegen. Also generell alle Rezepte oder was? Äh, ja, weil Magia dazu kam extra, deswegen. Also es kam dazu, ich dachte, das wäre schon dabei gewesen. Nein, Magie war nicht dabei. So. Wo muss ich die langfahre? Ja, der Ausfaller. Okay. Du wusstest schon, ich bin eben wieder planlos. Hallo Tür. Und guck mal, die Tonlage ist wird. Tudidu, ui, ii. Die sind dann nämlich auch nochmal ein. Hallo. Deine Scheiße. Ouch. Ah. Ich bin schreit zu dir. Hm. Schalim, du passt bitte auf, dass ich nicht tickt werde. Ach, ist doch egal. Nein. Doch. Hi Fabi. Wenn du dich hier über die ganzen Gebiete anguckst und hier wusselt überall was rum. Oh, ich habe eine Goldaller gefunden. Das ist nur so zufällig gerade. Nee, müsste es eh sein, mal. Einfach so den Kranweg bei uns runter.